Moin Leute! Sonntag, ich glaube der 19. März. Der Dirtz ist angesprungen. Richtig geil, dass es geklappt hat mit diesem Ladegerät und wie man sieht, ich bin mit der Spritze unterwegs. Wir haben jetzt noch nichts gespritzt, sondern wir haben gerade die einzelnen Elektromotoren, die Motoren nicht, sondern die Ansteuerungseinheiten für die Düsen repariert. Das zeige ich gleich noch mal draußen. Was das war, ist ein bisschen tricky. Dieses Patent sage ich jetzt einfach mal, um das zu aktivieren, dass das dann, dass er nachher die Düsen wieder erkennt und zuweist. Das haben wir jetzt gemacht. Wir haben schon zwei Stunden hier rumgebruckelt. Es gab ein richtig ordentliches Regenschauer gerade. Es ist alles nass. Also die Straße ist richtig. Da steht das Wasser drauf. Wir saßen auch echt gerade 20 Minuten im Auto, weil es echt toll geregnet hat. Auf jeden Fall, das funktioniert jetzt. Also kann ich jetzt demnächst mit Ahl loslegen oder mein Onkel, einer von uns beiden. Ja, dieses Teil zeige ich euch gleich noch mal draußen an der Spritze. Wie gesagt, er hat einen Fehler hier auf dem Rechner angezeigt. Oh, jetzt flackert es hier aber doll. Und man kann die Düsen durchzählen lassen, ob er alle erkennt, ob alle funktionieren. Und das haben wir gemacht. Und der ist bei Düse 30 stehen geblieben. Es wird immer von links nach rechts gezählt, wenn man hinter steht. Und da hat man dann auch schon gesehen, dass dieses Steuermodul nicht mehr blinkt an der Spritze oder am Gestänge, an diesen Düsen. Und das ist kaputt. Im Normalfall baut man das einfach nur, zieht die Stecker ab, baut das Ding ab, baut das neue dran, steckt die Stecker zusammen, macht wieder Strom drauf, dass das Ding durchgehend, das sind dann drei LEDs, die müssen dann durchgehend leuchten. Dann hält man einmal kurz den Magnet dran, dass das Ding zugewiesen wird. Hat aber irgendwie nicht geklappt. Ich habe keine Ahnung, an was das jetzt gelegen hat. Hat dann irgendwie doch funktioniert. Und er findet jetzt, wir haben neu zählen lassen, er findet alle 54 Düsen an unserer Spritze. Also heißt, das System läuft jetzt wieder. Das nächste, was wir nochmal kalibrieren müssen, ist, ein Moment, ist dieses Auto-Heizsystem, also die automatische Gestängeführung. Die ist hier an der Seite. Die müssen wir nochmal kalibrieren, weil da ist ein Ultraschall-Sensor, der hat eine Macke, da habe ich schon einen neuen besorgt, der muss da dran. Wir müssen aber dafür auf einem ultraflachen Platz irgendwie, also muss ultragerade sein, damit man das anständig eichen kann, beziehungsweise einstellen kann. Linke Seite messen, eingeben, rechte Seite messen, eingeben, Mitte messen, eingeben. Und dann sollte das wieder funktionieren. Alles klar. So, wir sind jetzt nochmal an der Spritze. Und das sind die Dinger, die wir repariert haben, oder getauscht haben. Diese Kisten hier, die nennen sich SMC-Us. Da kommt von vorne eine große Leitung. Geht hier drauf, spaltet sich auf drei kleine. Die drei kleinen gehen zu den Düsen, hier unten. Und zu den nächsten. Da, wo seht ihr das? Jetzt. Da, genau. Und eine dicke Leitung geht weiter zur nächsten SMC-U sozusagen. So, und die haben wir jetzt getauscht. Und da musste man halt, wie gesagt, mit Magnet dran und all so ein Blödsinn. Ja, war ein absoluter Krampf. Irgendwie hat das nicht richtig funktioniert. Jetzt geht's aber wieder alles. Und wir hoffen, dass die erstmal wieder halten. Die gehen wirklich sehr oft kaputt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch mit so einer Spritze unterwegs seid, ob ihr diese Probleme auch habt. Ja, zu den Düsen. Ich kann hier nochmal eine abmachen hier. Na, komm. Das sind die, diese FD-Düsen haben hinten wie so ein, ja wie so ein Breiteller, würde ich mal sagen. Hier unten einen Schlitz. Und die sollen für die Flüssigdingerausbringung sein. Die sollen ein besseres Bild ergeben. Weil, Moment, ich zeige euch gleich nochmal die anderen, die wir vorher oder die wir jetzt drin haben. Das sind diese hier. Ich weiß nicht, seht ihr diese Löcher, die da drin sind? Das sind diese Fünf-Loch-Düsen, glaube ich. Und die haben einfach das Problem, dass, wenn es trocken ist, einfach Striche auf dem Boden ergeben. Also, das heißt, die haben halt Strahl und da, wo der Dünger hinkommt, wird es grün und dazwischen eben nicht, wenn es trocken ist. So, und bei denen erhoffe ich mir jetzt einfach eine bessere Verteilung, also eine bessere Querverteilung für die Flüssigdüngerausbringung. Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Hier die Sensoren. Ultraschallsensoren. Die kann man noch kalibrieren. Ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, weil das Gestänge auch so eigentlich sehr ruhig liegt. Aber es ist schon cooler, wenn das funktioniert. Ja, nee, ansonsten haut das wieder alles hin. Wir müssen jetzt noch nochmal das Fass auslitern. Und dann ist wieder alles schick. Ja, ein Aufkleber wird das Fass wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Das kostet ja so viel Geld. Also, der Aufkleber für den Deutschen hat irgendwie 200 Euro gekostet. Da bin ich ja fast vom Glauben abgefallen. Ja, nee, ansonsten funktioniert das alles wieder hier. Ja, alles klar. Wir sehen uns bis hin. Moin, Leute. Moin, ich. Ist schon irgendwo 17 Uhr. Heute ist Freitag, der 24. Freitag, der 24. März. Ja. Und, ja, was soll ich sagen? Die Woche ist nicht viel passiert. Das heißt, doch, es ist was passiert. Ich habe, oder wir haben jetzt den letzten Dünger auf dem Raps, dass der jetzt richtig wachsen kann. Der hat auch echt schon zugelegt. Und, ähm, die Gelbfangschale funktioniert echt gut. Ähm, ich wäre auch fast schon einmal mit der Spritze losgefahren. Allerdings, äh, ist die Befahrbarkeit noch nicht so, dass das geht. Also, wir haben jetzt den letzten Dünger da drauf gebracht. Das war mehr schlecht als recht. Also, in der Ecke da, das hat mir nicht so gefallen. Ansonsten ging es recht gut. Hätte ich nicht gedacht. Wir hatten echt viel Regen gehabt die letzten Tage. Und, ähm, ja, wie gesagt, mit der Spritze. Ich stehe da, die hat sich noch nicht, äh, hat noch keinen Meter weiter gefahren, seitdem ich euch das letzte Mal gezeigt habe. Ähm, ja, normalerweise in ein paar Tagen. Letztes Jahr haben wir am 30.03. Rüben gedrillt. Oder Rüben gelegt. Ähm, das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht funktionieren, weil, äh, der Boden einfach noch zu nass ist. Wenn wir jetzt wirklich eine Woche trockenes Wetter kriegen und das abtrocknen, dann mag das gehen. Aber das, so sieht der Wetterbericht nicht aus. Beziehungsweise Montag steht echt vieler Frost drin. Also, ist echt ein merkwürdiges Wetter. Äh, aber wenigstens haben wir ordentlich Regen. Das freut mich. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, ähm, wo die Drainagen im Frühjahr gar nicht gelaufen sind bei uns, fangen die jetzt schon an. Also, das heißt, da ist irgendwo schon Wasser angekommen. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Was ist noch gelaufen heute? Heute habe ich abgeholt, nee, gestern haben wir abgeholt die Ersatzteile. Ähm, einmal die Schare für die Rübenrille. Ich habe ja schon mal angefangen. Ich zeige euch das mal. Moment, ich noch mal Licht an. Okay, Licht ist aus. Und zwar die Schare hier. Die müssen eigentlich immer rechts akkurat sein, damit, wenn die Pille hier rausfällt, hier fällt die raus. Ähm, die Rille nicht krass rund ist, sage ich jetzt mal, die der Schare zieht, sondern spitz zulaufend, damit die Pille da drin abgebremst wird, beziehungsweise nicht weiterrollen kann. Wenn die rollen kann, dann kann es sein, dass das die eine Pille runterfällt und liegen bleibt. Die nächste fällt runter nach 20 Zentimetern oder 21 Zentimetern und rollt weiter. Das heißt, dann ist der Abstand immer von den Scharen zu Scharen, sage ich jetzt einfach mal, oder von Scharen zu Scharen, von Pille zu Pille unterschiedlich. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, es muss eigentlich alles TACO dran sein. Ähm, es dürfen keine Lager ausgeschlagen sein. Ähm, hier vorne an den Scheiben, das sind diese Mulchsaatscheiben. Die zerschneiden in den letzten Erntereste. Ähm, wenn hier irgendwas ausgeschlagen ist, äh, dann kann sich hier direkt zwischen Aufbau und dann stoppen die. Das geht nicht. Ähm, wie gesagt, der Schar muss tip-top sein. Hier hinten die Fingerdruckrollen. Ähm, hier fehlt jetzt einer. Ich habe eine ganze Kiste neue. Die Lager hier von denen, ähm, die hier drin sitzen, die müssen tip-top sein, weil dann laufen die aus und dann, also es geht nicht. Also wenn die stoppt, dann zieht die die ganze Erde, ähm, was das Schar hier vorne, ähm, oder was das Schar gezogen hat, die Rille. Sollen die hier wieder andrücken nachher und, äh, dann würden die die Pillen wieder hochholen. Das geht auf keinen Fall. Die müssen alle tip-top sein. Ähm, generell die Maschinen. Also generell alle Maschinen müssen tip-top sein, aber das kostet halt hier schon viel Geld. Ja, so sieht das aus. Ähm, wenn wir jetzt von der Seite gucken, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ähm, also vorne, da ist der Schar. Hier ist eine Andruckrolle und hier hinten sind diese Fingerdruckrollen, beziehungsweise ganz vorne die Ölchsaatscheibe und da drüber die Tiefenführungsrolle. So, das Problem ist, wenn das alles nicht passt zusammen, dann, äh, kann das einfach nicht funktionieren. Also, wenn eins jetzt abgenutzt ist und das andere, also es muss tip-top sein. Und gerade bei den Zuckerrüben, ich hab nicht viele Hektar, äh, deswegen muss das alles hundertprozentig einsatzbereit, beziehungsweise hundertprozentig sein. So ist meine Denke. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, also bei Einzelkornsaat, da man ja sowieso schon wenig aussäht, dann muss auch jede Pille kommen eigentlich. Oder man muss es zumindest probieren. Hier haben wir noch eine Besonderheit, ich weiß nicht, ob das früher Standard war, das sind so eine Anhäufelscheiben. Das heißt, die würden, dann würden die, äh, Rüben im Damm liegen, sag ich jetzt einfach mal. Und, äh, haben sie früher gemacht. Danach hieß es, auch wenn sie im Damm liegen, können sie eher, ähm, erfrieren, wenn mal wieder Frost kommt. Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben jetzt die Probleme immer nur gehabt, dass sie dann irgendwann mal gestoppt haben. Und ich bin immer überlegen, die jetzt noch alle rauszuschmeißen, weil das macht absolut keinen Sinn. Wie gesagt, die Finger, da muss ich noch echt viele von tauschen, bestimmt, keine Ahnung, 150, 200 Stück. Die sind echt nicht mehr takko. Und, äh, von den Lagern, äh, also von diesem Gesamtpaket hier, sozusagen, ähm, davon muss ich drei Stück, ähm, sind bei drei Fingerdruckrollen, ähm, sind die Lager in eine Fritte. Die müssen wir tauschen. Ja, wie das ganze Ding genau funktioniert im Einzelnen, das werde ich euch natürlich nochmal, äh, auf dem Acker zeigen, wenn wir dann wirklich loslegen. Aber wie gesagt, ich sehe das noch nicht, dass wir die Woche anfangen, weil, äh, der Boden das einfach noch nicht hergibt. Also, egal was man macht, auf dem Acker eben, man macht eigentlich nur Schweinerei. Heute haben wir noch die Mietenstellen gedrillt. Das war auch eine Katastrophe. Also, ich hoffe, dass da jetzt was aufläuft. Also, auch mehr schlecht als recht. Ja, aber wie gesagt, wir sind halt vom Wetter, ähm, wir sind vom Wetter abhängig. Das ist halt einfach so in der Landwirtschaft und, äh, da muss man einfach mit klarkommen. Ja, so, was habe ich noch gemacht? Ich habe endlich diese scheiß Platten da eingebaut. Das hat mich auch tierisch genervt, dass ich hier, ach, das jetzt einfach nicht geschafft habe. Ich muss jetzt, ganz oben am Dach, muss ich jetzt noch, äh, drei Schrauben reindrehen. Aber ich habe gerade keine lange Leiter hier. Ich muss mal eine mitbringen von mir zu Hause. Ja, wie gesagt, äh, die obere Reihe habe ich jetzt schon komplett getauscht, die Schare. Ähm, die sind alle neu. Morgen werde ich wahrscheinlich den Strecker mal vorhängen, dass ich die hochhebe, vorfahre. Dann kann ich die unteren Schare machen und, äh, die Lager hinten und Finger. Und ich weiß nicht, was ich morgen alles schaffe. Ich habe morgen noch einen anderen Termin. Ja, was ist noch mitgekommen mit den Ersatzteilen? Also, hier sind jetzt die neuen, restlichen Scharen, die jetzt nach unten rankommen. Äh, und zwar Zinken für die Kreiselecke. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Äh, seht da über ein... Über die Kamera sieht man das. Die sind beschichtet. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was bringt oder nicht. Also, die sind für die, für die Amazone-Kreiselecke oder Kreiselgrober. Die waren echt nicht billig. Und, äh, die sind mit irgendwas beschichtet und sollen halt ewig halten. Das werden wir ausprobieren. Die werden ganz einfach gewechselt. Da wird nur ein Bolzen gezogen und ein Splint. Dann wird der alte rausgezogen, der neu reingesteckt. Und dann geht das seinen Gang. Das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir, wenn ich Zeit habe. Es fehlen jetzt auch noch, ich glaube, fünf fehlen noch. Die haben sie irgendwie nicht bestellt gekriegt oder wurde nicht geliefert. Keine Ahnung. Ja, das ist der Stand. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das, habe ich ja, glaube ich, vorhin schon gesagt, handhabt mit den Einzelkornseemaschinen. Das muss alles Taco sein, denke ich. Oder, ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Oder ob ihr meint, dass so ein bisschen landwirtschaftliche Luft in Solarmaschine gut ist. Was ich nicht denke. Ja, für die Leute, die das nicht wissen, landwirtschaftliche Luft heißt, dass da ordentlich Luft zwischen ist. Und, ja, das wollen wir aber eigentlich nicht. Oder ich möchte es nicht. Das muss schon alles laufen. Alles klar. Wir sehen uns dann. Moin. Moin nicht, sondern guten Abend. Es ist Samstag, der 25. 20 Uhr. Was ist heute passiert? Heute ist passiert. Ich habe die Schare an der Rübendrille weitergemacht. Die sind auch jetzt fertig. Danach haben wir in unsere Spritze mal 2000 Liter Wasser gemacht, um zu gucken, ob das mit den Düsen alles funktioniert, die wir da jetzt umgebaut haben, zwecks Flüssigdüngerausbringung. Hat alles funktioniert, hätte ich gar nicht gedacht. Das war alles super dicht. Und darauf sind wir losgefahren und haben schon mal AHL geholt. Dann kam aber gleich wieder Regen und hat das alles auch wieder ausgebremst. Dann war ich wieder an der Rübendrille und habe die Fingerdruckrollen hinten, diese Zackenräder da mit den Gubis, angefangen zu tauschen. Also das ist ein ganz schöner Krampf. Also ich habe da eine ganze Kiste voller Dinger. Keine Ahnung, 500 Stück oder sowas. Keine Ahnung, wie viele da drin sind. Man kriegt die nur mit der Zange runter. Und nur mit einem richtig fetten Mod-Tag, das muss mit einem Schlag, müssen die drauf und dann sitzen die. Gibt es da irgendwie eine andere Möglichkeit, falls jeder irgendwas wisst, wie man das am besten macht? Also ich krepfe mir da richtig ab. Keine Ahnung, ob ich da was falsch mache oder nicht. Warum habe ich das nicht aufgenommen? Ich habe meine Kamera vergessen und habe auch keine Zeit gehabt, mehr zurückzufahren, die zu holen. Ja, ansonsten ist heute nicht mehr viel passiert. Nö, ist nicht mehr viel passiert. Morgen werde ich wahrscheinlich, das wird aber nicht mehr in den Vlog kommen, morgen werde ich da natürlich weitermachen an der Rübendrille. Die Fingerdruckrollen hinten, die werde ich weiter tauschen. Hoffe, dass ich das morgen schaffe, weil es dauert echt lange, jeden einzelnen Finger da runter zu wuchten und dann wieder den neuen da irgendwie drauf zu kloppen. Geht auch echt wirklich richtig beschissen. Ja, das ist meine Tätigkeit für morgen eigentlich. Das soll es dann eigentlich auch morgen gewesen sein. Und nächste Woche hoffe ich, dass wir mit der Flüssigdüngergabe im Weizen weitermachen können. Aber wie gesagt, die Wetterberichte, die sehen sehr bescheiden aus, muss ich sagen. Also einfach nur Regen und eben trägt jetzt auch gerade wieder. Und die Temperaturen sollen ja runtergehen dann. Ja, ob das jetzt, ich weiß nicht, wo das Wetter hingeht. Also wann wir das nächste Mal irgendwie auf den Acker kommen, sehe ich so noch nicht. Außer wir haben wirklich mal zwei, drei Tage, wenn es jetzt wirklich aufhört zu regnen und das abluften kann, dass man dann wieder draufkommt anständig. Aber momentan nichts. Auch die Gelbfangschale ist eben nichts los. Funktioniert immer noch tadellos. Aber da ist gerade kein Zuflug oder kein großer Zuflug von Insekten. Ja, so das soll es eigentlich gewesen sein. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit vollem Elan, hoffe ich. Dass ich voll Elan habe. Und ja, hoffe, dass wir da irgendwie mal was mit ARL machen können. Beziehungsweise ich zeige euch dann, was an der Rübendrinne noch passiert ist. Und dann, dass ihr da auf dem neuesten Stand seid. Weil wie gesagt, heute habe ich es leider vergessen, die Kamera mitzunehmen. Ja, alles klar, ihr wisst Bescheid. Den Kanal hier abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren. Fleißig kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar, der da drunter steht. Genau, Glocke aktivieren, Daumen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein!